In einer Welt, in der es immer mehr um Geschwindigkeit und Selbstdarstellung geht. In der jedes einzelne Individuum nur noch eine leblose Batterie ist, an der ordinär gelutscht wird. Das Vorankommen in diesem Strom aus Mensch und Maschine kaum noch möglich ist durch diesen großen Haufen Scheiße unter dem Schuh. Sind wir nur noch namenlose Rinder mit einem Barcode im Nacken auf dem Weg zur Schlachtbank. Die globale Digitalisierung schreitet so schnell voran, dass die baldigen Liebespiele nur noch mit Alexa und Siri möglich sind. Die Welt verfällt, es geht nicht um den Ausbruch aus dem Hamsterrad oder um die finanzielle Freiheit. Es geht darum mit aller Gewalt und Härte die Märkte zu ficken. Keine überteuerten Kurse, keine Jahresbindung, keine hirnverbrannte PDF-Abläse in schlecht belüfteten Konferenzräumen, denen es nach Pisse stimmelt. Wir brauchen nicht dutzend Indikatoren per Mindset-Gequatsche, unsere Waffe ist das Auge, das ist der Kompass, um in diesem Meer aus Kerzen zu überleben. Das ist Next Level, wir sind die Trade Nation, keine Vollidiot mit aufgeklappten Laptops am Strand, die irgendein Dünnschiss labern. Sei dabei, wie wir diese Industrie zerficken. Ab heute ist das unser Kosmos. Ihr dürft hier nur noch lediglich koexistieren.